Halli, hallo, hallo, meine lieben Freundinnen und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ja, wieder mit dem Start ist der Rewano und der Sachin. Ja, ja. Und der Sachin Möller. Moinsen. Mussten erst dreimal ansprechen, bis er reagiert. Ach, ich bin's. Wir sind online unterwegs. Was weißt du, dass du der Zuschauer hat? Weil ich gerade geguckt habe. Und deswegen habe ich den Anfang verpennt. Wer guckt denn, Zuschauer? Wie viele Zuschauer hast du denn? Ups, hi! Wir müssen dazu sagen, der liebe Sergeant, also für meine Aufnahme natürlich, der liebe Sergeant, das streamt gerade. Ich freue mich schon, wenn ich das irgendwas machen kann. Nein, ich wollte nicht streamen sagen. Oder doch? Also der Killer ist bei mir und das ist der Falle, Mann. Oh, den mochte ich, ja. Hatte richtig Spaß gemacht. Ich hätte eigentlich so mehr Bock gehabt, wo ich den gespielt habe, die ganze Zeit nur Fallen zu legen und gar nicht euch hinterher zu rennen. Hat viel mehr Sinn gemacht, aber leider könnt ihr da in der Zeit alles kaputt machen und wegrennen. Aber es hat Spaß gemacht. Aber was schon gut ist, wir versuchen die Generatoren zu bauen und du denkst, du machst sie kaputt, aber okay. Ich habe da einen. Wer ist das? Das bin ich, Jan. Ich bin der hier mit dem Sunny-Kasten in der Hand. Ja, ich komme dir hinterher. Bro, sag mir, wo war Lanky, bro? Er kommt zu euch. Also zu einem Generator, der fertig gemacht worden ist. Mhm. Aber ich habe noch keine Herzklöpplein. Ach, Mann. Ich sehe einen in der Falle. Soll man retten? Komm, komm, komm. Das ist der Möller. Eins. Zwei, 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 zwei. Mann. Jetzt heißt das Wheel, die Wiggle. Oh, jetzt geht der Geklacke wieder los. Der ist da hinten, oder? Ja. Gehst du hin? Und gehakt. Ja, komm, wir helfen ihm. Komm, Onkel, wir können ihn nicht zurücklassen, den armen Jungen. Genau vor mir ist eine Falle. Ja, sprich mal, sag mal was. Er geht gerade weg. Er holt sich jetzt eine Falle. Er holt sich eine Falle. Er ist jetzt links lang. Er guckt wieder. Ich habe Herzklopfen. Nice. Ich sehe den. Er ist da mal still. Ey, halt doch mal ganz kurz die Klappe. Ja, ich bin doch beim Sehen. Ich aber nicht. Ich sehe ihn nicht mehr. Aber hören tut mir noch gut. Ja, er steht genau vor mir. Schlägt mich. Los, komm, renn in die Falle, renn in die Falle. Boah, er ist voll der Affe, ey. Er steht immer noch da hinten. Ich stehe direkt am Baum. Ich sehe dich, Ravano? Ja, ist noch einer da. Da ist der Onkel. Ja, ich. Er hat mich gesehen, scheiße. Dann renn weg von uns. Ich versuche ihn noch runter zu heben. Ja, hau ab. Egal, ich habe dich gerettet. Warte, du wärst abgekratzt. Voll zu mir, ich habe es alleine. Ja, ich liege am Boden. Aber irgendeiner wird mich schon aufheben. Mann, diese lächerlichen Camper. Na ja, wickeln werde ich nicht brauchen, weil ich muss ganz offen ehrlich sagen. Fluchtversuch hilft nichts, ne? Nein, wir sind doch noch da im Moment. Ja, er hat zwei Fallen gelegt vor mir. Müsste ja gucken, dass er von der anderen Seite kommt. Ja, das Problem ist, der stellt sich immer noch vor. Ja, der ist jetzt wieder da hinterm Baum gelatscht. Gleich sehen. Das Problem ist, wenn ihr von der anderen Seite kommt, rennt der. Und es könnte sein, dass er selber in die Falle reinrennt. Ja, oder wir, weil wir nicht wissen, welche Seite du meinst. Ja, ich muss das Leertaste drücken. Und der steht immer noch da vor mir. Scheiße, das machen wir jetzt. Ja, einer lockt ihn weg und der andere befreit mich. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Ja, lasst euch nicht... Ja, ich sehe dich. Einer steht da. Und er kommt. Er steht immer noch. Er steht immer noch. Er hat dich gesehen. Ne, es ist... Ne, ich hab... Okay, dein... Nein. Boah, was ist das für ein Freak, ey? Ja. Ja, kann man nichts machen. Leute, jetzt oder nie? Und, 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 und... Hau, gut, bin tot. Scheiße, ja. Kack, Dreck, ey. Na ja, der hat mich ja... Beim Sterben zugeguckt, der Sack. Ich hoffe... Ihr haut ihn um. Ah, der hat die Fallen wieder mitgenommen. Egal, ich gucke euch zu. Und was macht der andere? Der verkackt dann mit den Generatoren aus. Hm, ich sehe gerade, dass der Onkel den gerade beobachtet. Das ist immer ganz gut, wenn man den Keller im Blick hat, ne? Ich finde das voll geil. Ist hier noch einer? Ne, ne. Ach. Egal, der hat den ja. Ich weiß nicht. Kling. Kling, lass mich bleiben. Da hat es noch nichts gekümmert. Ach so, der hat den getragen. Das sah gerade echt komisch aus. Da hinten, hast du es gesehen? Nein. Mir war das... Da klitscht das hin und her, ne? Hm, aber der wurde nicht rot angezeigt, sondern gelb. Und das sah gerade echt so aus, als würde der fliegen. Ja, also... Retten ist, glaube ich, nicht so schon... Nö, da macht es damit jetzt auch nicht. Da war doch sonst wo. Oder hat er versucht, sich zu retten? Nö. Der hat eher noch... Da vorne bei der Brüse ist noch eine Rebhahnung. Äh, ist noch mehr. Der Typ hat, äh... Der Typ hat eher noch Fallen hingelegt. Der ist tot? Ja. Ja. Ja, seht schon, liebe Freunde, wer uns nicht hilft, wird gnadenlos zurückgelassen. Und wir sind zerdreht. Alle drei zusammen. Und fertig. Nice. Zwei Generatoren noch. Mhm. Man könnte abbauen. Oh, Herzklopfen, Achtung. Gut, er ist bei dir, Onkel. Dann suche ich hier weiter. Ah, ich habe ihn auch hier. Herz. Dududun. Oh, er hat mich nicht gesehen. Na, vorbeigehumpelt. Die Drecksau. Dreckiges Sau. Können wir uns trennen oder wollen wir uns zusammen machen? Wir können uns ruhig trennen. Dann ist die Erfüllungshör. Irgendwie... Ja. Passt ein bisschen auf Fallen auf, ne, bei dem Spasti. Ja, ich gucke die ganze Schirren hier auf dem Boden. Besonders bei Generatoren sollte man aufpassen. Ja. Und halt bei diesen Holz, ähm, Wänden, die man umschmeißen kann. Ähm, da legt er auch welche in. Generator gefühlt. Ja, ich finde, das hat was. Also, diese Killer mit den Fallen, der gefällt mir. Ah, irgendwie haben ja alle Killer-Vor- und Nachteile, ne. Der Geist ist halt cool, unsichtbar. Aber ich habe heute gemerkt, wo ich einen Geist gespielt habe, der ist schwächer als die anderen. Viel, viel schwächer. Das heißt, also, der, der... Die können sich viel schneller freiwilligen. Okay. Oder zumindest läuft der Geist auch langsamer. Hm, ist das wegen dem unsichtbar, dass der, dass die anderen Sachen so... so schlappig sind, sag ich mal. Der hat mich wieder gesehen, das gibt's ja gar nicht. Oh, Mann, ey. Boah, kranker Scheiß, ey. Der packt dich mit einer Hand, äh, wirft dich auf die Schulter. Und kämpft dann gerne. Na, natürlich. Und er legt noch ein paar Pfeilen vor ihm. Mach doch einmal. Genau, mach den Generator zu Ende und dann kommt der schon durchs Wind. Pass auf, warte, der kommt nicht hin. Kommt er nicht? Na gut. Der steht direkt vor deiner Nase und geht beim Sterben zu. Das rennt ja weg. Ein richtiger Clown. Ja, zum nächsten Generator hier. Oh, um einen Fehler zu machen. Oh, hier ist eine Falle. Rent er weg? Nö. Ich glaube, hat keinen Sinn macht den Generator. Ich schalte ihn noch ein Stück weg. Obst du rauskommst oder sucht die Klappe, ist mir egal. Das ist ein richtiger Killer. Das ist ein richtiger Idiot. Ein Fernseher für mir. Er kommt wieder. Oh, ist egal. Mach dein Ding. Genau, mach es richtig. 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 Ich bin tot. Weggeschlitzt. Bam. So, jetzt heißt es für dich. Klappe oder Tür. 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 Gleich hoffen nimmst du die Tür. Geil. Naja. Was für du weißt, wo die Klappe ist. Ich finde das immer sehr schwierig zu finden. Da ist doch das Tor. Ja. Aber der kommt bestimmt hin. Naja, solange du kein Herz hast, dann ist alles gut. Oh, so. Aha. Es geht so hochschweigen. Hörte das eigentlich, wenn die Klappe so kaputt gemacht wird? In der Nähe, ja. Aber es sieht es, glaube ich, nicht. Oh, habe ich mich gerade erschreckt. Warum? Achtung, herzlösen. Ja, 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 ja. Das kommt. B, 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 komm, 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 komm. Oh, da kennen wir das Spiel, ne? Lauf, Rumpel raus, Rumpel raus. GG. Kriegen wir wenigstens ein bisschen Punkte, oder? Jo. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Kira. Tschau. Tschüss. Willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge Dead by Daylight Online. Ja, beim Macmillanwesen in dem Grubenschacht. Mit dabei ist Onkel von GameUp. Ja, hallo, höllischen. Und Rivano von Rivano LP. Ja, hallo. Und wir sind die Survivals. Oh. Und wir müssen überleben. Didalala, didalala. Oh nein, ich werde jetzt schon wieder gejagt. Ach, Quatsch. Ja. Warum was stünden, um in so ein Spiel reinzukommen, und dann lässt du dich wieder jagen? Ich habe mal aus Kontin abhängen. Lass mich raten, du bist gerannt wie ein Wilder, gleich am Anfang. Ist, äh, der Fallmann. Ja. Ne, ich bin nicht gerannt. Oh, ich hasse ihn. Oh, wer ist denn da? Bleib mal an der Wand stehen, wer du auch bist. Ja, bin ich. Ich will nur kurz Hallo sagen. Ja, wir werden... Und tschüss. Pass auf, der ist hinter uns rum. Und tschüss. Siehst du ihn? Ne, ich will ja nur zu dir kommen, einmal Hallo sagen, und das war's. Ja, dann lass mich doch. Ich komme mit dir mit. Oh ja, Hallo. Du rennst voll. Und? Also, wir haben mal einen kleinen Radar gemacht, ne? Ja, wir auch. Ne. Ja. Ist fast fertig. Ist noch nicht mal die Hälfte. Wir müssen nur 800 Mal Leertaste drücken, richtig. Ich habe es geschafft, du auch? Ach, geh doch weg, oh Rewano. Immer voll der Lupe rennt. Warum schützt du mich denn? Hm, blöde Tesselammer. Sergeant, warte doch mal. Onkel, warte doch mal. Hä? Ich habe dich gesehen. Bist du, Onkel? Halt die Klappe, das ist jetzt irgendwo der Killer. Der ist weg, ich habe keinen Herz. Doch, jetzt. Komm. Was willst du denn von mir eigentlich? Ich bin doch gar nicht bei dir noch näher. Du bist das nicht mit der Tasche? Nein. Nein. Scheiße. Oh, Möller. Komm schon. Bisschen schneller. Kaufmann. Bist du weggekommen? Na klar. Aber ich nicht. Ernsthaft. Ah, ist gar kein Problem. Ich bin Profi-Abhauer. Ich wollte eigentlich dir helfen, dass du da rauskommst. Wer ist jetzt hier so schnell über dieses Dings? Oh, wer ist das, ey? Der kommt hier drüber gesprungen wie ein Blöder. Macht hier Geräusche, dass der Killer zu uns kommt. Also, ich war es nicht. Ich bin ja im Generator. Wo sind wir jetzt hingelaufen? Keine Ahnung, ich packe gerade einen Generator an. Der ist im Keller. Ja. Okay. Ist halt ein Kellerman, ne? Er wohnt im Keller. Da fühlt er sich wohl. Der andere Typ ist aber auch gar erschrocken vor dir. Und da ist... Was bist du? Du machst doch geräusch über den... Und da ist der Nutella. Da guckt überall in die Schränke rum. Ach, ich rastle aus hier. Also, das ist ein Schrank, guck mal so. Schrank... Schrank-Tank ist da. Onkel, bist du wieder bei diesem einen Generator im Haus? Gut, dann kannst du mich ja gleich mal ein bisschen zusammenflicken. Oh, nee, die Murphy ist unterwegs. Komm her, bevor wir die... Ja, hier. Ich wollte noch den Skillcheck machen, sonst machst du... Meine Rippe. Oh, Mann. Ich lock ihn mal zu mir. In der Richtung haben wir schon alle. Ja, sicher. Der läuft schon eher noch. Da vorne ist noch einer. Vorne rechts gleich hier in diesem Gemäuer. Aber achte, der liegt überall fallen. Überall. Fallenbengel, hm? Ach, geh doch weg. Warum denn immer in mein Versteck? Ich hab Herzklopfen, meine lieben Damen und Herren. Und zwar ganz schön extreme Herzklopfen. Damen und Herren. Das Problem ist... Hat sich erledigt. Coole Sache. Ja, wir haben einen Verletzten, ne? Der Fubi, Gibi, Gurgi. Der Typ da. Fubuki. Oh, nein. Wie komm ich da raus? Das steht da. Ach, okay. L-A-N-Star. Ach, Mann. Das ist mein auch noch verletzt. Kranker Scheiß. Also, der hat vor allen Ausgängen fallen positioniert. Aber ich hab ja eine schon aktiviert. Bööö. Ich glaub, der kann kann man prozentig zu eins. Ist grad zufällig einer irgendwo in der Nähe? Nein. Sink mal eben. Nein, nein, nein. Okay. Ne, wo seid ihr ungefähr? Beim Killer. Keller? Killer! Ach so. Weil ich würd doch ganz gerne, ähm... Wo bist du, Onkel? Ich geh grad zu dem Generator her. Gut. Ich hab grad übelste Hochspannung hier, ob ich den Generator ankrieg. Ich hab den Generator platzen lassen. Geplatzt ist er. Ich hab... Guck mal auf die Karte. Da, wo es leuchtet, bin ich. Ist grad zufällig einer hier in der Nähe? Ja, ich... Kannst du mich heilen? Ich warte hier am Generator. Warte mal, ja, kann ich machen, oder? Killer rund hier rum im Moment. Der dreht mich nicht um. Der Killer geht hier rum. Ich bin nämlich am... Da, Pisse. Bleib stehen. Nein, geh hinter die Mauer. Ich bleib da nicht mit auf dem Platz stehen, wenn ich sag, der Killer ist hier. Ah, er ist beim Haus. Ich seh euch beiden, ich komm mal dazu, ich will auch ne Massage. Das bist ganz du. Ne. Ich bin dir hier. Was soll das? Achso. Ihr habt mich an was falsch gedrückt und ich hab gedacht, das schlägt mich einer. Thank you, friends. Very nice. So, komm, hier. Wir sind noch ein Generator. Ja, wer bist du denn? Den hab ich schon angemacht. Nein, hier drüben ist noch ein Generator am Haus. Äh, am Haus. Ah, Haus. Ich bin bei einem anderen. Auf dem Wald. Bist du da? Hm, er ist wieder weg. Ich will davon laufen. Oh, lauf mir doch einfach nach. Du warst auf einmal weg. Ich bin gerade ausgelaufen. Ich seh dich. Nee, ich bin am Generator, du kannst mich nicht sehen. Ich bin da im Haus. Am Generator, hab ich doch gesagt. Ja. Hey, baby, komm. Puh. Ah. Bist du da da? Wer sabotiert denn gerade? Ist da der andere? Oh. Ha. Nee, 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 nee. Ja, war Leo, hä? Ich hoffe, du bist mit dem Generator gleich fertig. Nee, du rennst nur hier rum. Ich muss nicht länger ablenken. Nein, 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 ich renne hier nicht rum. Der steht hier nur vor dem Fenster. Von wegen. Wo ist der Typ? Habt ihr... Ach, da ist der. Vor mir. Ich bin im Schrank drin und der ist gerade an mir vorbeigelaufen. Schön. Generator hochgehen lassen. Ich... Ich glaub das gerade nicht. Irgendjemand hätte mir jetzt geholfen und dann ging's paff. Ich kann nicht mehr. Nein, du Scheiße. Verdammt. Oh Mann. Müller, du schaffst das. Ja, da ist keiner, mein Freund. Er bringt mich runter in den Keller. Oh, Rimmano, renn, 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 renn. Oh, Rimmano, er sieht dich, er sieht dich. Er hat dich. Da ist eine Sackkasse hier unten, hä? Ja. Ach, Mann. Oh, was... So, wie sieht's aus? Witzig, Onkel, witzig. Was, witzig? Ich renne hier um mein Leben. Oh, wie sieht's aus? Ich hab Tor auf, komm und her. Ja, ich bin bei dir. Okay, ich bin im Tor. Boah, ist das eine aufregende Runde. Wir kommen, glaube ich, alle durch. Müller wurde wiedergeschlagen. Oh, nein. Müller hat sich hingelegt. Aber ich seh keine Aura, nichts. Ich bin beim Haus, beim Berg, also Hügel. Er bringt mich Richtung da, wo die Holzbalken sind. Er ist bei den Holzbalken. Ich bin gleich hier fertig gewiggelt. So, da kommen wir mal nach... Wenn du von dort aus nach links gerannt... Ja, oh, er hat sich geschafft. ... und dann helfen wir den Ausganghammer frei. Genau, 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 komm, komm, komm. Er ist schneller als ich. Ich krieg's nicht hin. Macht nix. Nö, nö, das ist hinter dir. Los, raus! Du schaffst das. Aber halt, heil mich erst mal. Wenn du noch Punkte kommst. Ja, komm, ich halte dich mit. Und hier wird noch ein Generator gemacht. Ja, komm, der kommt, der kommt. Ach so, was haben die Leute noch? Doch, ich hab den gesehen, ich hab den gesehen. Herzschlag, Rewano. Ja, aber ich hab den. Den will ich noch mitmachen. Gib Punkte. Er kommt. Schade. Lauf du mein Leben. Überlebend. Ampel, entkommen. Das gab noch ein paar Punkte. Geil, Alter. Haben wir gewonnen. Auch mal mit Onkel. Und ich bin Rang 18. Booyah. Und ich hab einen Nippel hier, so ein Kristall bekommen. Durch die Laschetin. Saugel. Ja, liebe Freunde, würde ich sagen. Ach so, dann müssen wir mal her. 15.000 Points. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann und tschau'sen. Tschüss. Tschüss.